Guten Morgen. Gerade eben hat es angefangen zu schiffen. Ach mir was vor. Die sind gerade gespawnt. Eben bin ich da noch rumgelaufen und habe gefarmt. Aber wir wollen dahinter dieses Dingsbums. Beide Farben wurden abgestürzt. Diesmal war es nicht. Die Klamotten habe ich repariert. Das haben wir noch da. 14 Schusswecke sind wir da eingefunden. Hier haben wir noch was rein. Das läuft durch. Da muss irgendwas drin sein. Nehmen wir viel. Ordentlich fett gefarmt gestern. Schmeiß mal dich trotz allem noch mal an. Mach mal los. Nicht lang schnacken. Kopf und nacken. Passt nicht so ganz. Jetzt habe ich so einiges gefunden. Wollte ich noch ein wenig Holz holen. Um wieder Stiggis anzusetzen. Hat der Hunger einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte so viel Hunger, dass ich schon Aua genommen habe. Was 86 machst. Husch korrekt, das das geht. Na. Puh habe ich noch einmal gestrickst, dann. Null Grad Na ja, schauen wir mal Da leuchtet's Das pfeift aber in der Ohren Zwei Wölfe Ja, und das Haudel oder was? Oh, das nehmen wir damit, Zeit haben wir genug glaube ich Und Kupfer brauchen wir immer Eigentlich brauchen wir zur Zeit alles Nur vom Weisen haben wir noch genügend Vorrat bisher Bis es mit dem Sprit losgeht Deswegen lasse ich das noch liegen Abolizium und die ganzen Krempel Die nehmen wir mit So, da ist ein Bär, der interessiert uns nicht Fast drübbeland Da oben steht doch schon einer Da läuft der andere Also planen wir immer anschießen Wir können Hehehe So So Da ist er So Nummer eins haben wir Au Hier zünde ich mal lieber schnell die Dings Jetzt ist die Frage wo sein Gerand Da ist Da Da ich das erste verkackt hatte dann mal ganz gut Ach, Mensch, wenn man mal treffen wird, gell So Ah, das ist er Vier mumpeln Plus minus null Jetzt muss man den zweiten Kollegen wieder finden Da Leuchtet's Wo ist der Helme hier? Der Helme hier Der Helme hier im Rucksack Oh Eins plus So lob ich mir das, Leute Dann schauen wir mal hier wieder den Puma finden Und dann gucken wir mal ob ich hier wieder den Puma finden Und dann gucken wir ob der zweite oben Aber ob ich den da das nicht gestern gemacht habe Oh, minus fünf Grad Dazu muss man jetzt nicht jückeln. Die Blindefeuer. Na holla die Waldfee. So. Schön, schön. Wo ist Nr. 2? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh Leute. Das ist sehr schön. Da sagen wir nicht nein. Das ist nochmal eine Szene. Ding sich bumm sich. Jetzt hab ich mir auch noch was gemacht. Ah. Jetzt halt wüsste wo der rumrennt ne. Letztesmal war es als Zufall dass wir was reingehört sind. Da kann er aber da unten rum geigeln. Wolf sehe ich. Ne gut. Gut. Aber hat das doch schon mal ganz gut funktioniert. Finde ich gut finde ich gut. Wenn du schon so schön aufplopst. Ich muss nur erstmal ihn wieder ausladen. Junge, Junge, Junge. So ein Atlantis sieht man ja auch nicht gell. Oh. Da war ja was. Oh man, jetzt sieht das im Schnee eigentlich ein Schneehalt. Sieht nicht so aus ne. Das macht es nur Jahreszeiten anfänglich. Das ist immer der Wegholz. Das ist immer der Wegholz. Kann da irgendwann noch kommen, dass es verschiedene Holzsorten gibt, mit denen man verschiedene Krams bauen kann. Jetzt war ich kurz überrascht, was da drüben leuchtet. Was einmal blöd ist. Trommenschütteln. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ach, stimmt. Die Jungs waren auch hier. Was wäre ich denn für fett? Oh, oh. 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 Das kann man essen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was bist du da? Oh, oh. 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 das ist tragisch Wo ist der denn? Tauchen bringt doch jetzt eh nichts. Geht Platz. Ne? Ja, 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 ja. Das ist halt aber auch. Das da, das da. So. Wo ist meine Möhre? Zack, so. Okay, so. Ganz viel Mumpelzion. Hm. So, irgendwie. Zack, zack, zack. Können wir mal eine zurücklegen? Das da. Oh. Na komm, scheiß drauf. Das da. Das da. Und das da. Zack. Das alles weg. Hm. Das da mit rein. Das kommt hier runter eigentlich. Du kommst da mit rein. Töööö. Der schmeißt schon noch immer oder? Nee. Glaub der jo ist tot. Looten Leute. Geh, geh, geh! Ich hab' noch's gesehen hier, glaub'n. Ähm, das da. Und dann... 1... 2... Stunde, er ist jetzt Level 2 durch den Kill. Kleiner, das ist ein Tricksack, du 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 du. Da oben liegt er. Dein Ernst. Huhn, ich brauch' dein Federn. Ein Fisch. Äh, das ist doch... großer Fisch. Okay. Okay. Deswegen müssen wir auch noch mal angeln. Ich brauch' noch'n Lachsen-Barbage. Welte gibt's angeblich auch. Hatten wir noch nicht einen. Okay. 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 Wir brauchen Lithium. Wir brauchen Lithium. Das andere ist erstmal mehr Beiwerk. Okay. Da ist das Huhn. Genau. Dich brauchen wir. Ja. 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 mal eine Kugel nur. Aha. Soviel dazu noch. Jetzt wollte ich gerade abdrücken. Da ist der zweite noch. gut an. Na holla. Na holla. Ja. Ja. Wir brauchen das gleich schon mal durch. Und mobsen das hier. Ja. Ja. In der Zeit. Klopfen wir Holz. Lala, es lourds. Da brennt es. Das kann sein. Der letzten 5 Reh war noch. Das war's für mich. Da lägst mir. Ok Lithium. Jetzt las er weiter dunkel. Hier noch einen Abstecher um den Fluss rum. Hier, hier, hier. Hier, hier. Hier, hier. Das war kein Lithium. Das ist mir egal. Ich will mich jetzt hier verkack eiern. Biest. Da. 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 nach Hause immer uns fürchten im Nungeln man wird's beinlich, das will keiner versuche nur noch ein paar Algen zu finden da ist schon mal eins drüben sehe ich noch eins nicht hängen bleiben ganz blöd Muschelparadies hier, sehr schön so lobe ich mir das jetzt wird's aber dusch da ja ich sehe ich noch ich glaube wir haben uns Essen gemacht nein das war geplant das Masse produzieren das rein so eins, zwei, drei, vier, fünf ich ziehe jetzt nicht mitgenommen, wie ich dödel ne habe ich nicht ach ha 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 habe ich hier noch was dran rumfliegen ne erst mal die Masse weg dann haben wir Kalium, achso von den ein früh sie ist hier ist doch A noch auf so eine Fresserei, das Zeug kann ich das da das da soo kann ich das mal verbrutzeln hier das braunen das braunen Robbing 21 ist da das Fischzeug aber noch und das da das sieht doch schon ganz gut aus das da achso wir können da gleich mal gucken gehen komplett leer komplett leer das wollen wir verschmuggeln lassen so so und so da müsste eigentlich noch drin sein genau das sieht jetzt energiemäßig aus gut das machen wir noch jetzt raus und noch Platz bekommen so perfekt das ein bisschen bläht hier ja So und so und so und diese und jenes und alles, das raus, das rein, schnappup, so muss das sein, so wir können noch drei von denen und eins davon, eins davon und eins, zwei, drei davon. Gut, dann halt so, die 200 sind durch, zack, hm, ok, ähm, genau. Neun haben wir, also eins, zwei, drei, hier kommt bitte jetzt, äh, das da rein. Hat ich jetzt noch was vor? Gut, das geht. Da fuder ich morgen noch ein bisschen Algenkrams und ansonsten sind wir soweit durch. Oh ja, Zeit sagt auch, wir sind durch. Dann bis zur nächsten Folge, macht's gut.